Hören Sie, ich glaube, das Beste ist, wenn Sie jetzt einfach viel Zeit mit Ihrer Tochter verbringen. Und zwar Zeit, in der Sie nicht an irgendwelchen Infusionen angeschlossen ist. Aber ich muss doch was tun. Das müssen Sie doch verstehen. Frau Wolf. Der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter zehn Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Und dann, zweites Mal überstehe ich das nicht. Warum muss da immer nachgefragt werden? Ja, wie, warum? Weil du dich merkwürdig benimmst. Merkwürdig? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn dein Problem? Du laberst die ganze Zeit nur von dir. Hörst gar nicht zu, was andere sagen oder wie es ihnen geht. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hattest du deinen Mann für eine Jüngere verlassen oder was? Du warst ne Wette. Du kleine Büchser. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. observing dort guy ist erregend. Bis zum nächsten Mal. Schoen Sie Mex続lan. Vielen Dank.